aber jetzt schauen wir mal was kommt ein Wind, guck ein Wind der hat mich erschreckt da ist es aber umgekehrt wir gehen weiter wir schauen uns zur nächsten Aufgabe was uns erwartet der Alarm der Alarm genau da waren die richtig darauf stehen wie genau gestern das ist ein bisschen komisch aus wir schauen was passiert die größte Seite kommt vielleicht gut Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Eyes filled with tears, speaking the words that neither the mouth could say nor the heart could bear. It wasn't long after that the once beautiful hypocrite ceased to be. Okay. Okay. Hier hinten dran. Das ist ein bisschen komisch, ist das jetzt gerade, aber gut. Die ganze Lesung wächst leider. Was kommt jetzt? Hallo, willkommen. Wir spielen Nero. Ziemlich neuer Spiele. Es ist langes Alt, wo es rauskam. Wir spielen Nero im sechsten Teil. Es ist langweilig. Es ist zu ruhig, aber eigentlich sehr schön. Schöne Spiele und Grafik. Willkommen. Bei meinen Stream. Jetzt gehts weiter. Ich bin alleine, oder? Ich muss meinen Vater zurücklassen. So ein Scheiß. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken, was jetzt auf dem PC geht. Oh, ich nannte den Chat ja sowieso, aber das ist nicht während aktuell das Problem. So, jetzt schauen wir weiter. Ich weiß, ich bin heute früh dran. Normalerweise komme ich viel später irgendwie an, aber ich dachte, ich mache es eine Stunde und dann später noch mal ein, zwei Stunden. Und Nacht. Wenn es okay ist. Dass wir auch ein paar jüngere Leute sehen können. Hallo, willkommen zurück, vielleicht Laien. Nero's words of concern fell to the floor, as if unspoken or unheard. Gut. Ah, das war wieder. Bisschen umschauen hier. Schau mal. Das ist alles ein bisschen dunkler und komischer gerade. Ah, schläft. Was? Was war das? Warum war so guter Ton? Was für Häuser mit Weißlicht. Was ist denn da der Stadt? Ja, meine Güte. Hallo, willkommen, hello and welcome to Nero. We played the sun and the father is here and now we must search the ghost of the mother of me. Wait a minute. Sechs Monate. War hier ein Haus wieder drin, ne? Sechs Monate. Also wir drehen keinen alten Häuser. Aber es spielt ja kein Horrorspiel von daher. Nicht. Die Ton ist nervig. So tragisch. Okay. Das ist Rätsel anscheinend. Drei Dinger werden sich bewegen. Und weißt du wie es aussehen soll? Ränkeautomat. Das sieht aus wie so ein Horrorspiel gerade. Echt ey. Komische Lichtverhältnisse. Und dann. Mal gucken durchgucken. Was ist denn noch drin? Das heißt, ich muss wahrscheinlich so hinstellen. Das Löcher sind, dass ich durchschieße kann. Oder so. Das wäre doch nicht ein Weg rum. Das wäre doch nicht ein Weg. Drei Schränke. Drei Schränke. m hey da müssen wir und wenn es ist schon los noch erkennen so ist gut besser Hm, habt ihr einen Tipp? Hast du einen Tipp für mich, den ich kann machen? Ja, mal gucken hier. Hallo ist gut, nicht spinnen. Aber ist er da. Ich muss das Loch schießen, natürlich. Na. Hm. Hm. Schau mal, wo sie noch machen. Und den zweiten. Das ist los grad hinten, ne? Ja. Das ist ja gut. Die Tosche da auch noch nicht. Das war richtig cool. Cool. Ja, 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 ja. Eine neue Tür. Ja, ja, eine neue Tür ausgemacht haben wir. Hm. So. Dann schauen wir mal nach meinen neuen Tür. Da muss ich den natürlich wieder wegschieben erstmal. Ja, ja. Ja, da dachte ich... Hehehe. Gut. Und hier ist noch ein Stückchen. das hätte ich mal nachnehmen können. Hm, hm. Ich war da noch nicht viel gewesen, ob ich vielleicht... Bücher... Ich kann jetzt nix machen, ne? Ich hab's mal reingekommen, da hab ich die ersten gelöst, wie es aussieht. Ich kann nix nehmen, da ist noch ein Gemuch. Ist aufgeschlagen, ist aber mehr im Licht. Da ist nix mehr, da ist ein Hocker. Obwohl es ja trotzdem nicht klappt. So, haben wir das nix gemacht, ne? So, wenn wir das nix machen, können wir das nix machen. So, wenn wir das nix machen, können wir das nix machen. Mal weitergucken. Hallo, willkommen zurück. Beim Saturday Universe Games. Also, nach Samstag, der größten Spiele von Samstag. Hey, ist alles hell hier. Wo war's nicht hell? Das ist eine sehr große Halle. Park? A Park? A Park? Pfff. Gefeichert. Gefeichert. Um, das ist ein bisschen strastierend, ne? das ist jetzt gelöst auch gut so ist es so this is it in the end grief is the price we pay for love the Bible torn asunder on the floor so many words of prayer gone unanswered just like his So, wir gehen jetzt an. Sehr expensive medication. Still unopened. Großes Haus. Also für das Dorf ist es nicht hoch. Eine Palette, hm. Jetzt wird... Ein großes Haus, muss ich ehrlich sagen. Schau mir mal, hier bist du um. Das Kino hier, ey. Hm, hm. Mal schauen, wo ich da war. Hm, hm. Mal schauen, wo ich da war. Hm. Hm. Interessant, aber was ist das hier? Weiters Rätsel wahrscheinlich, ne? Was wären wir da? Eigentlich. Aber wenn ich mich in die bileformationen, in das, was rummeletieren. Ich bin mit einem Hohenzel. Ich bin mit einem Hohenzel. Ich bin mit einem Hohenzel. Wer los? Gut. Fünf Monate. In dem Stand der sechs Monate. Ich bin hier stehen bleiben. Ich bin hier stehen bleiben. Ich bin hier stehen bleiben. Ich bin hier leben. Hallo Schubert, ich bin, hey. Ach man, das wird mal hinten stehen, ey. Oh, okay. Da drüber gehen, hallo, da habe ich mal, ach genau da hinten, jetzt, so, 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 so Ach 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 so